Ich mache meine Ausbildung jetzt schon zwei Jahre lang bei Häusler und ich bin sehr glücklich über meine Entscheidung, weil mich die Vielfältigkeit und die Hilfsbereitschaft beim ersten Eintriff echt überwältigt hat. Sanitätshaus Häusler ist mehr als ein Geschäft, in dem du deine Schuheinlagen oder deine Kniebandage bekommst. Wir sind ein moderner Gesundheitsdienstleister mit viel Power, mit viel Innovation und bieten vielfältige Möglichkeiten für junge Menschen. Also auch für dich. Das Besondere ist, dass wir jeden Tag Gutes tun. Wir tun Gutes für Menschen, die ein medizinisches Hilfsmittel benötigen. Und damit kannst auch du jeden Tag Gutes tun. Du bist gut im Organisieren und gut in Zahlen? Dann ist die Ausbildung im Büromanagement perfekt für dich. Du bist handwerklich begabt und hast ein gutes Auge? Dann bist du in der Orthopädie-Technik oder in der Orthopädie-Schuh-Technik richtig. Du hast ein freundliches Auftreten und magst Kundenkontakt? Dann bist du im Sanitätshaus-Fachgeschäft genau an der richtigen Stelle. Du hast abstraktes Denken und kannst Zusammenhänge verbinden. Dann sehe ich dich in der IT. Die Geschäftsleitung hat immer eine Tüte offen. Dabei ist es nicht wichtig, welche Position man in der Firma vertritt. Es gibt gemeinsame Aktivitäten wie Azubi-Besprechungen oder Projekte, an denen wir zusammenarbeiten und uns unterstützen. Damit was jeden Tag Gutes tun? Dann komm zu Hause! Tag Gutes! Untertitelung des ZDF, 2020